Halli, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit den ganzen üblich verdächtigen Ollo, Maeve, SJ, Winky, Ricky und der Typ der Esclay, 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 der Typ der Esclay ist jetzt der Drecklich, der kennt dich nicht, der Gamer natürlich, wir lieben Esclay, guck mal wie süß meiner ist, oh, wie süß, der süß, ups, äh, scheiß. Alles schon niedlich. So, Konsellation, ne? Konsellation, Junge. Noch mal so ne Runde, falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Das war ne super Runde, leck mich am Arsch. Beste Runde, die wir wahrscheinlich je hatten. Glaub ich auch, die war ich cool. So. Ich mein, das ist, dieser, dieser, diese Ruhe vor dem Sturm halt, ne? Es ist wie, als ob wir in die, in die Arena so einstürmen, wie so Stiere. Gladiatoren oder so. Stiereiz. 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 Okay. Auf sie. Südien. Haben wir auch grade. Oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Oh shit, okay. Sterben. Okay. Warte, mach mal eben so Ding bitte. Dankeschön. Ja, ja, kein Problem. Zurück mit euch in die Hölle. Passion da oben. Down. Passion da oben. Is down. Sniper da oben. Sniper da oben. Is down. Nice. So mehr ich heile, umso schneller geht man eine Ulti fertig. Der Gamer, der kann den Reinhardt spielen, ne? Der Reinhardt, der kann den Reinhardt spielen, ne? Der Reinhardt. Der Reinhardt, der kann den Reinhardt spielen, ne? Der Reinhardt. Der Reinhardt. Der Reinhardt. Okay, das war aber sehr schnell. Das ging noch. Sieben Minuten haben wir. Sieben Minuten und es gibt keinen Checkpoint. Oh, da kommt, da sind sie alle. Da sind sie alle. Jetzt zeigen wir denen mal, wie man das macht, ne? Wuuuuh. Wieso? Wir müssen ja mal dritt im Auto sein, so. Ich erinnere, dass die auch so gut gestartet sind, ne? Das sind zwei Bastions. Achtung. Einer rechts, drei Uhr und einer zwölf Uhr. Haben die doch vor uns abgekauft. Aber wir hatten nur einen Bastion. Alle hatten auch gereicht, ne? Alle hatten auch besser. Hau da rein! Meine Bastion ist eine Abkürzung für Sebastian. Na klar. Jedenfalls. Ich würde jetzt mal Sebastian nennen. Bastion von hinten. Ne, ist gar nicht Bastion. Das ist der Tank. Beaver. Ich hab einen Bastion down. Hier noch ein Geschützturm oder so. Hier ist noch Heal, ne? Ne. Wunderschön, wunderschön. Okay, Sniper down. Eigentlich ist du Schütze aus dem Verkehr gezogen. Geil. Woll ich mal heilen? Haben wir einen Healer? Ja, ich bin dabei. Ich hab einen Healer. Hier, Rigi, Rigi, Rigi. Danke. Man muss bei Locker bleiben. Kann auch nicht überall sein. Alles gut, alles gut. Bin immer auf meinem Fahrzeug. Bastion oben links. Ich bin down. Da sind zwei, ein Liederlings. Ich bin down. Bastion wieder. Ey, ey, Micky. Komm nicht durch. Was war's? Ich war aus dem Bastion auf dem Auto. Links von uns. Widow, Mech mal links. Ist down. Links von dir, Mech. Hab ihn. Als ob die scheiß Bastion immer noch lebt. Was ist denn da los? Ist doch nicht. Down jetzt. Er ist down. Ja, GG. Alter, krass. Alter. Alter, holy shit. Und das waren die selben, wie wir aus dem letzten Part noch. Ja. Das ist so krass, ey. Alter. Ich sag dir, der Gamer, der ist das. Geiler Speedrun. I like this shit. Alter, so gut. Adli. Wir haben uns einen eingekauft, ne? Ja. Wir haben uns ein Messi in die Regionale wieder geholt. Alter. Ja gut, ne? Gibt's eine? Warte mal. Musst du mal mit Maeve stehen halt, ne? Oh, dankeschön. Das Match war ein Plus. Auf jeden Fall. Das Match kriegt einen Nice. Auf jeden Fall. Get Wrecked. Lootbox. Ja, ne? Wenn jetzt jede Runde so läuft, für ein geiles Display. Auf jeden Fall. Der Follow war aber nicht so, vielleicht letzter Part, ich glaube, wenn du so weiter gehst, dann nehmen wir noch einen. 20! Machen wir doch für zwei Monate heute einfach mal fertig, ne? Wir sind nämlich jetzt gerade am Vorproduzieren für die... Für die Zeit bis zum Release. Ja, das interessiert euch eigentlich sowieso nicht, was ihr erzählt habt. Ja, das ist hier kein Schwein, aber ich wollte es euch ganz gerne erzählen. Natürlich. Warte auf Spieler. Okay, warte auf Spieler, wir sind alle vollständig. Das Spiel ist so geil. Ja. Bestes Spiel der Welt. Besser als Mario 64? Aber ich würde sagen, der gehört zu den Top 3 Shootern ever. Nein, ich würde, ich habe bisher mehr Spaß als mit CSGOGO. Echt nicht. Äh. Also als Action kommt bei mir nichts vorbei. Also mir macht dieses Spiel zum Beispiel mehr Spaß als TTT. Alter. Das ist auch kein großes Geheimnis im TTT. Das ist aber auch kein großes Geheimnis. Ja, das macht doch mehr Spaß. Also mir macht das Spiel mehr Spaß als Rocket League. Alter. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Auch, ne? Weil ihr den Blick für mich verloren habt. Jetzt können wir es offiziell machen. Rocket League wird auf diesem Kanal durch Overwatch ausgetauscht. Nein. Endlich nicht. Endlich nicht. Rocket League, Treffalter und Overwatch wird genauso 100 Parts haben. Bereitet euch drauf vor. Na komm, wir kommen mit einem riesengroßen Rasselbanden Part. Es ist nur schade, dass es keiner sehen wird. Äh, weiter. Das ist echt schade. Nee, 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 wir gehen auf den Mann, oder nicht? Ja, klar. Ja, immer. Stimmt, ja. Nur schade, dass keine Overwatch gucken wird. Das ist echt schade, ne? Ja. Wieso? Wieso denn? Ja, ist halt ein bisschen andere Zielgruppe als die, was ihr bisher habt, ne? Ja, also Leute. Jetzt könnt ihr euch halt anziehen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr die, die wir ganz tief in unseren Herzen tragen. Ja, dann seid ihr ausnahmsweise mal die coolen. Leute, es sind links drei, links drei. Die kriegen sowas von meiner Rakete ins Gesicht. Ricky, Wand? Ich bin Heiler. Nein, nein, keine Wand. Du hast keine Wand. Ich bin Heiler, ich kann auch keine Wand ziehen. Oh, nur noch 15. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ready, ready? Ready, kommt drauf. Nein. Das sind alles Level 10. Party! Was macht er denn da? Bin ja schon direkt raus. So, der Kollege ist da. Er hat den ersten schon erledigt. Die sind alle Level 8 und sowas von euch. Ja, das ist jetzt größere, größere Blamage halt, wenn wir verlieren halt, ne? Ich, ich, ich krieg echt nicht zu fassen. Ich bin so schnell, ich bin Tracer, warte. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, sorry. Haben sie das Ding schon bewegen? Ah, nee, klar, zieh. Geh doch mal down. Bullshit. Was auch für euch? Der Revolver, 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 der Revolver ist sehr unterschiedlich. Aber scheiße, ich mache mich nix. Ah, schade. Da waren einfach zu viele gerade. Ey, Tracer ist geil, oder bist? Ey, Tracer ist super. Ja. Ich bin froh, dass du Tracer kannst. Da haben wir jetzt mal einen Charakter, der was bringt. So, haben wir alle Charaktere, die ihn heilen? Na ja, können. Besser als mit Mercy. Gamer bleibt da. Ja, lass ihn doch. Gerade ist so Bashin, Hanzo und... Oh Gott. Lebe! Ah, hat sich das gelohnt, Ricky, das jetzt an dieser Stelle hier für mich einzusetzen? Ja, YOLO. YOLO! Meine Uli legt sich schnell auf, wenn ich heile. Wenn sich der Gamer mal nicht von mir drücken würde, könnte ich ihn auch heilen. Das wäre der Shit. Ich werde ihn geheilt, aber... Wo bist du denn? Ach klar. Ich stehe direkt neben dir. Oh, da oben. Oh, hier ist irgendwo ein fucking Sniper, oder? Ja, hier oben. Ja, hier oben. An Verteidigungsplan ist auch ein Sniper. Hab ich ihn markiert? Oh, danke, Ricky. Nee, das ist kein Sniper. Ist der... Der mich ein Ninja. Ja, ist ja auch ein Art-Sniper. Achso, down. DUN! Er ist DUN! Oh, ich kann mal zurückgehen? Der Wolferheld kommt. Pinky! Burn! Scheiße! Oh! Oh, shit! Haben die den Zielpunkt überhaupt schon mal berührt? Nein. Aber gleich. Oh, shit! Leute, wir versorgen Blizzard gerade sechs Potenziale Käufer, ne? Ich werde jetzt wirklich viel ausmachen und sagen, boah, ist das ein scheiß Spiel, ey. Sechs haben wir jetzt einfach raus. Sechs haben wir schon vergrault gerade. Ja. Nein, die waren ja über Level 30, die haben ja schon ein bisschen... Oh, pass auf, hier hinten am, 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 am Punkt. Ich bin tot. Der hat mich halt gefokust. Über Reinhard hat ihn. Der Bastian Reine hat vom HSV Verteidiger Nummer vier. Hat's geschafft. Wow. Genau der. Einer meiner Hand schwitzen, als ob ich gerade irgendwie, boah, in der Sauna sitze oder so. Ist der Wahnsinn. Okay. Ich bin live bei euch. Ich bin live bei euch. Als ob du befreit die Schlange gespielt hättest, ne? Euiuiui. Irgendwann ist ein Sniper. Komm mal schütt, drück, Maeve. Komm mal schütt, drück, Maeve. Ich war gegen Bogen, ey. 1,5,30, Leute. Okay. Ich bin direkt tot. Ja, aber 1,5,30, das könnten wir... Zum Punkt, zum Punkt, zum Punkt, zum Punkt. Bam! Zum Punkt. Es ist okay. Ja, ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich will gern gehen. Wo sind die denn oben? Ab ihn. Er ist abgehauen. Er ist gekriegt. Es kommt ein Revolver-Typ. Wo denn? Von rechts. Noch eine Mute durchhalten. We're down, down. Ich glaub es war. Oh, low. Oh, ich brauch selber mein Ziel. Oh, es steht. Danke. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Oh Gott. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Seid ihr tot? Ich bin down. Wo bist du? Da. Direkt ums Worn. Ich bräuchte Heilung, Ricky. Nein, zu spät, scheiße. Ja. Alles gut, alles gut. Verdammt. Mach's den Job gut. 30 Sekunden. Fuck, 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 fuck. Farrah ist offside. Scheiße. Ach, komm schon. Kleine, das war Farrah. Angriff. Jetzt kommen drei. Gut, ich kann mich an Ashley lang ranziehen, das ist ganz gut. Wenn ihr durchhaltet, kann ich da mit einem Ulti-Gekroß. Ich bin drauf. Du musst jetzt rein. Hallo. Geh rein so schnell. Ja, ich bin tot. Du musst mich spawnen, man. Wir haben eine Verlängerung. Ja, wenn ihr noch so lange die Verlängerung irgendwie rauszögern könnt, wenn der Ulti da bin. Und ich bin hinter dir. Ja, Farrah ist auch noch ein Ulti gehabt. Es gab vier Leuten aufgenommen. Kann ich da durchrasieren. Oh, Ulti an. Zu früh. Ja. Ich hab meine Ulti mit Tracer. Ich bin rein und mach auf. Okay, ich hab mir jemanden down. Bye down. Oh, nice. War falsch. Bam. Don't kill, don't kill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was für ein episches Gefecht. Ich krieg echt nicht zu machen. Set Luft ab. Hammer. Hammer. Nice Leute. Easy. Oh, Alter. Ja. Ja. Man muss aber knapp nochmal auf die letzten 30 Sekunden gehen. Danach hätten die ja noch das andere machen müssen. Entspannt euch. Also das war schon... Das war schon. Machen wir uns nichts vor. War schon nicht so scheiße, ja. Nee. Oh, du willst, ne? Seitdem wir Gamer im Team haben, läuft's. Ja. Also aber Clay die ganze Zeit das Problem. Hey, ich weiß, dass sie, du bist ne 14 Stunden. Aber wenn er eh nicht guckt. Komm. Zielforscheid-Forscheid-Kills in der Minierung 11. Nein. Riege hat mir so gut geholfen in der Runde. Jetzt redet keiner ein eh. Wuuuuh. Bitte. Dankeschön. So lieb. Ja. Elf Kill mit Tracer, glaub ich... Das Match kriegt nen Plus. Ja. Jaaaa, aber geil. Willst du noch mehr solche Gegner? Her mit denen. Die ganze Busladung damit? Gibt's hier noch ein Rückspiel gegen die? Oder das ist bisschen... Ja. Rückspiel gegen die. Ja. Du, really good. Ich bin so ein Arschloch. Alter, vorhin hast du... Ja, weiß ich, ne? Ja, ne? Das ist auch krass. Jetzt nicht so hochnäsig werden, ne? Wir müssen die erst mal machen. Wir können die denn schreiben überhaupt? Ähm... Sind das noch die gleichen? Ja, ne? Ja, ja. Wir sind ja auch on fire, wir spielen ja schon seit Stunden, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Wir haben um 16 Uhr angefangen aufzunehmen und es ist 20 vor 8. Wir haben um 17 Uhr angefangen, tatsächlich. Aber wir spielen trotzdem über 2 Stunden. Und ich könnte noch 2 Stunden spielen. Es macht halt... Es macht echt süchtig, ne? Ja. Der macht schon echt Bock, ja. Weil die Runden halt zu kurz und denkt mal, komm, noch eine machen wir halt. Drück mal wieder auf F. Und dann? Da kann man direkt sagen, greift den Ziel an und dann kann man das geben. Naja. Und was solls das bringen? Nix. Ja. Okay. Ja, wenn man halt ein Teamleader hat, damit man halt mit No-Names halt, äh... Ja. Ach so. Ich werde niemals mit random spielen. Das Schöne ist, ich hab hier jede Menge Leute, die Zeit haben. Genau wie ich. Gut, dass du nicht gesagt hast, dass du Freunde hast. Uuuuh. Ne, das wollte ich nicht. Hab ich auch bei Absichten gelassen. Wollo, Wollo, komm mich mal an. Wollo, bin ich nicht hübsch? Ein Sexobjekt bist du in meinen Augen. Wollo, guck mich mal bitte an, bin ich nicht hübsch? Hier we go. Aber sie ist die höchste Charaktere, äh... Alter, wie Gamer direkt drin. Hübsch. Rauf gehen! Okay. Naja. Oh Gott. Erstmal so ein bisschen random reinfeuern, ne? Ich bin ja Roboter-Stone. Ja, wenn du herkommst. Ja, du? Ich dachte, fliegt mir hinterher. Träts dich nicht alles um dich, Arschloch. Hm. Du bist nur vierstellig, vergiss das nicht. Ich bin drauf, Leute. Oh, da ist ein Bashion oben rechts, Achtung. Der ist auf den Booslets. Oh, nice. Er sieht mich nicht, jetzt bums ich ihn. Jawoll. Halt, ob es auch Bashion schon down ist. Das ist ja wohl. Kriegt beide Bashion. Okay, der andere ist auch... Der kommt aber jetzt ein Bashion von der Straße aus. Der ist direkt aus der Straße. Was passiert? Ah, da kommt einer. Da sind zwei unten gewesen. Äh, wieso bin ich hier alleine? Mal so als Frage. Bin über die Avaluat. Das, äh, macht mir... Das hilft mir nicht. Komm angeflogen, ich komm angeflacert. Nice. Noch ein bisschen. Ich brauche hier, ich brauche hier ohne Ende, Alter. Bin doch da, Mann. Okay, nice, nice, nice. Bleib mal geschmeidig. Schimm mal deine Base. Schimm mal deine Base. Das ist mein Problem. Läuft doch wie Kühlschrank. Alles gut. Ist das so die Jugendsprache? Nein, das ist nur meine Sprache, benutzt nur ich. Achso. Wolle ich grad sagen, nein. Rinky, als ob du noch zur Jugend gehörst. Ehrlich mal. Wolle ich auch grad sagen. Bist ich mehr jüngst nicht, ne? Der alt ist Rinky. Der ist in der Schule raus. Ich bin 19. So. Ich hab überhaupt jetzt jemand älter als ich. Der hat sich auch einen Abschluss gemacht. Ich hab's doch Moonday Sim, hab ich gehört. Habe ich auch nicht. Die ersten Healpoint. Zur Not. Wiss ich. Ah, da. Danke. Ah, diese Bastions, ne? Ich muss mal, ich glaub ich, kurz mal hinter die... ...zifortieren. Elf? Kann ich noch was aufzwecken? Ich hab hier einen Healpoint, ne? Ah, danke. Ich schoinen einen Teleporter zu haben. Ich schoinen einen Teleporter zu haben. Oh mein. Wie weisst du, los? Der sei ihnen gegönnt. Der sei ihnen gegönnt. Weiss du was? Jemand hat den Arzt gerufen. Da ist der Teleporter. Da ist der Teleporter. und ein one shot kassiert nein wo er ist richtig genau zur richtigen zeit wie kann man für die für alle schreiben er muss auch drücken also ja ob sie kommen sich das spiel jetzt sagen sie auch gerade boah das kauf ich mir wir haben jetzt wirklich gut ich glaube ich krieg das winky ein richtig ekliger ich habe gold 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 meine lieben freunde das war es für den part auf jeden Fall heute ich habe euch gefallen bis zum nächsten mal tschüss tschüss adios